Hey Leute, schön, dass ihr wieder da seid zum neuen Video von mir, zum nächsten Türchen. Ich freue mich riesig drauf. Ich hoffe natürlich, dass ihr auch alle eine wunderschöne Vorweihnachtszeit habt und so richtig schön in Weihnachtsstimmung kommt. Schreibt mir gerne mal, ob ihr schon in Weihnachtsstimmung seid. Das würde mich mal sehr interessieren. Und dann würde ich sagen, starten wir jetzt zum nächsten Live-Shopping und viel Spaß! Das hier ist ja auch süß. Kann man eine Kerze reinstellen für 7 Euro. Sieht sehr edel aus. Auch ein süßes Geschenk. Und die hier oben finde ich auch ganz toll. Sehr, sehr hübsch. Coole Form. Oh, hier sehe ich gerade, die haben hier auch so eine Verlängerungskabel. Für 4 Euro. Cool. Das wusste ich gar nicht, dass das hier auch gibt. Gut zu wissen. Oh, cool. Die haben hier auch so eine großen Plätzchenausstecher. Das hier ist so ein Set für 2 Euro. Das ist ja cool. Und die sind so schön groß. Gibt es aber auch einzeln, guck mal, für einen Euro. So eine. Ich würde jetzt sagen, das ist ein Engelchen. Oder so ein hier. Der ist auch schön groß. Hier unten gibt es noch, ich sage jetzt mal, die ganz normalen. Die sind aus Plastik. Ich persönlich finde ja Plastik ein bisschen besser zwecks Spülmaschinen geeignet, als die hier oben. Aber hier gibt es auch echt viel verschiedener. Diese Wühlkörbe hier sind auch sehr, sehr praktisch, finde ich. Da findet man auch immer wieder was. Ich darf hier gar nicht so nah rangehen, sonst finde ich hier wieder was. Oh, hier sehe ich auch gerade auch was Cooles. Guck mal, so eine große Kissen. Und hier gibt es sogar Weihnachtsdosen. Guck mal, jede Menge für 1 Euro. Die hier jedenfalls. Oh, cool. Mega viele Größen und Farben. Und hier muss ich auch immer vorbeischauen bei dem ganzen Weihnachtszeug, ob ich selbst noch etwas finde. Ach so süß. Und hier so ziehe ich ja noch was Süßes. Guck mal, hier gibt es auch so eine Schlittschuh. Die hätten wir doch letztens im Kick gesehen. Die kosten hier 5 Euro. Oh, der ist echt hübsch. Oder hier so ein Engel. Ach, ist das süß. Kann man auch toll ans Geschenk dranhängen. Finde ich sehr, sehr hübsch. Macht immer etwas her, wenn schon die Außenverpackung hübsch ist. Oder sowas hier. Och, das ist ja süß. Guck mal, hier gibt es so kleine Hunde mit Weihnachtsmannmützchen. Och, ist das niedlich. Kosten jeweils 2 Euro. Gibt es verschiedene. Och, sind die putzig. Also vor allem, wer so auf Hunde steht. Also so Hundefans. Ich glaube, da freut man sich auch. Und es gibt hier auch noch jede Menge Weihnachtsdeko. Also richtig cool. Hier ist alles noch gut bestückt. Und hier findet man auch noch etwas, wenn man was sucht, denke ich. Und schau mal, hier habe ich so eine LED-Lichterketten entdeckt. Die sind richtig groß. Gibt es verschiedene. Und wieder jede Menge Figürchen hier. Süß. Und die Zuckerstange, die leuchtet im Übrigen sogar. Echt cool. Oder hier unten so ein Schneemannkopf. Der ist ja auch putzig. Oder hier unten so ein Schneemannkopf. Sehr gut. Oder hier unten so ein Schneemannkopf. Woodsäbremkopf. Im heutigen Türchen befindet sich das hier. Um an der Verlosung teilzunehmen, schreibst du jetzt einfach einen netten Kommentar unter dieses Video hier und natürlich eine Kontaktmöglichkeit, damit ich dich erreichen kann. Du kannst natürlich jeden Tag an jeder Verlosung teilnehmen. Das erhöht deine Gewinnchance und ist alles erlaubt. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich für heute. Lass es dir gut gehen, trink einen schönen Weihnachtstee, komm so richtig schöne Weihnachtsstimmung, Weihnachtsmusik, alles an. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen direkt zum nächsten Live-Shopping, zum nächsten Türchen. Ich freue mich schon. Bis morgen. Ciao.